Herzlich Willkommen meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich freue mich, Sie zum diesjährigen DWA-Dialog begrüßen zu können online. Leider nicht wie gewohnt in Berlin, aber ich denke, wir müssen das Beste aus der gesamten Situation machen. Herzlich Willkommen zurück zur zweiten Session unseres diesjährigen DWA-Dialogs. Von meiner Seite ganz herzlich Willkommen zur diesjährigen Mitgliederversammlung. Von meiner Seite herzlich Willkommen. Ich möchte einen Überblick über die Haushaltsthemen geben. Herzlichen Dank an alle Aktiven, auch hier an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Geschäftsstelle, dass es ermöglicht hat, diesen DWA-Dialog hier online stattfinden zu lassen. Ich darf an dieser Stelle darauf hinweisen, nächstes Jahr, wie Herr Professor Jadin sagte, hoffentlich in Präsenz, wollen wir uns in Berlin treffen. Das Datum ist eingeleuchtet. Dies war's für heute. Ich wünsche Ihnen nun alles Gute und ein herzliches Glück auf und schließe die Mitgliederversammlung.